Hallo, mein Name ist Andreas Höli. Ich bin Key Account Manager bei Densply Sirona und habe gute Neuigkeiten. Unser Showroom in Benzheim ist wieder für Sie geöffnet. Kommen Sie mit! Die Gesundheit unserer Besucher steht für uns an höchster Stelle. Von Händedesinfektion bis hin zur korrekten Einhaltung der Abstandsregeln sind alle Voraussetzungen geschaffen, damit Sie sich entspannt beraten lassen können. Egal ob Detailfragen zu Behandlungseinheiten, aktuellen Fragen zu Röntgengeräten, CAD-CAM-Lösungen oder korrekten Aufbereitung von Instrumenten, hier bei uns in Benzheim finden Sie von der modularen Polymerisationslampe bis zu den endodontischen Behandlungskonzepten auf jede Ihrer Fragen eine Antwort. Denn wir haben für Sie alles aus einer Hand. Neben dem persönlichen und telefonischen Kontakt stehen wir Ihnen selbstverständlich auch digital zur Verfügung und beraten Sie gerne online. Sie wollen einen Überblick gewinnen, was Densply Sirona Ihnen alles anbietet? Auf unserer Website werden Sie durch unsere vielfältigen Produktkategorien geführt. Entdecken Sie die Welt von Densply Sirona. Sie wissen nicht genau, welche Behandlungseinheit zu Ihnen passt? Nutzen Sie die Gelegenheit in einer persönlichen Beratung alle Details und offene Fragen zu Themen wie automatisierten Hygieneprozessen, optimalem Workflow und integrierten Endo- oder Implantologiefunktionen zu besprechen und finden so die Behandlungseinheit, die genau Ihren Vorstellungen und Anforderungen entspricht. Vereinbaren Sie hierfür einfach einen Online-Termin oder einen Termin im Showroom vor Ort. Auch zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten bieten wir virtuell durch Webinare oder On-Demand-Videos auf unserer E-Learning-Plattform an. Das gleiche Angebot gilt natürlich ebenso für Veranstaltungen und Showroom-Events vor Ort in Bensheim. Noch Fragen an uns? Schreiben Sie uns. Wir beantworten Sie Ihnen sehr gerne. Ihrer Online-Beratung oder Ihrem Besuch in Bensheim steht nichts im Wege.